Bedingte Entstehung Patitscha Samupada Ein Vortrag vom ehrwürdigen Janatiloka Mahatera unter dem Dona-Alfina-Trust-University-College in Colombo 1938 Die tiefsinnigste und am meisten missverstandene aller buddhistischen Lehren ist zweifellos die Patitscha Samupada, das heißt die Lehre von der bedingten Entstehung, genauer gesagt der bedingten Entstehung all jener geistigen und körperlichen Phänomene, die man in konventioneller Weise als Ich, Person, Individuum und dergleichen zusammenfasst. In meiner Darlegung dieser Lehre werde ich mich daher nach Möglichkeit auf das Wesentlichste beschränken und die technischen Einzelheiten vermeiden. Dabei aber werde ich versuchen, nie das eigentliche Ziel und den Zweck, zu dem der Buddha diese Lehre der Welt verkündet hat, aus den Augen zu verlieren. Es gibt keine andere buddhistische Lehre, über die sowohl Gelehrte als auch Philosophen so viel geschrieben und diskutiert hätten, wie eben gerade über diese Lehre von der bedingten Entstehung. Es ist wichtig, dass wir uns die Frage vorlegen, warum denn eigentlich der Buddha es für nötig erachtet habe, eine derartige Lehre der Welt zu verkünden. Bestimmt lag es nicht im Sinne des Buddha, die Patitscha-Samupada nur für intellektuelle Zwecke zu verwenden, sondern ganz im Gegenteil hatte er ein durchaus praktisches Ziel im Auge. Die Lehre der Patitscha-Samupada enthüllt die zur Entstehung der Übel und Leiden in dieser Welt existierenden Ursachen und Bedingungen und zeigt, wie durch Aufhebung der Bedingungen in Zukunft auch das Leiden nicht mehr entstehen kann. Sie zeigt, wie das gegenwärtige Dasein mit all seinem Weh und Leiden durch den lebensbejahenden Willenstrieb und die Willenstätigkeit oder Karma in früherer Geburt bedingt bzw. verursacht ist. Wie wiederum unser zukünftiges Leben von den gegenwärtigen lebensbejahenden Willenstätigkeiten oder Karma abhängig ist. Wie es ohne diese Dinge zu keiner künftigen Geburt mehr kommen kann und dass eben damit die Befreiung von der Daseinswanderung dem rastlos rollenden Rade des Daseins erreicht ist. Dies aber ist das Ziel und der eigentliche Zweck der Lehre des Buddha, die Erlösung von Wiedergeburt und Leiden. Ich möchte hier auch klarstellen, dass die Patitscha-Samupada nicht wie öfters irrtümlicherweise angenommen wird, eine Erklärung des Uranfangs aller Dinge darstellen soll. Das heißt, man darf das Anfangsglied Unwissenheit, Avicca, durchaus nicht als die erste Ursache des Daseins überhaupt, als den ursachlosen Urgrund, aus dem im Laufe der Zeiten alles körperliche und geistige Leben hervorgegangen ist und sich entwickelt hat, betrachten. Die Patitscha-Samupada lehrt nichts davon. Sie erklärt lediglich, die jedesmalige Bedingtheit und abhängige Natur all der in Erscheinung tretenden mannigfachen Daseinsphänomene ja alles Geschehens überhaupt, sei dies auf körperlichen oder auf geistigen Gebiete. Sie erklärt weiterhin, dass die unter den konventionellen Begriffen wie Person, Individuum, Ich und so weiter zusammengefassten geistigen und körperlichen Phänomene keinen blinden Zufall der Natur darstellen, sondern dass eben jedes einzelne Phänomen in diesem Daseinsprozess ganz und gar abhängig ist von wieder anderen Phänomenen als seinen Bedingungen. Daher ist mit der Aufhebung der Bedingungen für Wiedergeburt auch die Befreiung von jeglicher künftigen Wiedergeburt und allem künftigen Leiden erreicht. Dies aber ist der Kernpunkt und das eigentlich wirkliche Ziel der ganzen Lehre des Buddha, nämlich die Befreiung von der Runde der Wiedergeburten mit all ihrem Elend und Leiden. Auf diese Weise dient die Formel von der bedingten Entstehung als Erklärung der zweiten und dritten edlen Wahrheit, nämlich der Wahrheit von der Leidensentstehung und von der Leidenserlöschung. Sie erklärt diese beiden Wahrheiten von Grund auf und gibt ihnen eine feste philosophische Form. Bevor ich auf die Einzelheiten der Patitscha Samupada eingehe, möchte ich diese elffache Formel vorerst einmal kurz skizzieren. 1. Durch Unwissenheit bedingt sind die Karma-Formationen, nämlich die, die Wiedergeburt erzeugenden, heilsamen und unheilsamen Willensäußerungen, Chetana oder auch Karma. 2. Durch die Karma-Formationen bedingt ist das Bewusstsein, nämlich der im Moment der Wiedergeburt eintretende Bewusstseinsprozess. 3. Durch das Bewusstsein bedingt ist das Geistige und Körperliche. Das sind die, das individuelle Dasein ausmachenden, geistigen und körperlichen Phänomene. 4. Durch das Geistige und Körperliche bedingt sind die sechs Grundlagen, nämlich die, den geistigen Vorgängen zugrunde liegenden fünf physischen Sinnesorgane und als sechste das Bewusstsein. 5. Durch die sechs Grundlagen bedingt ist der Bewusstseinseindruck, nämlich Seh-, Hör-, Riech-, Schmeck-, Körper- und Geisteindruck. 6. Durch den Bewusstseinseindruck bedingt ist das Gefühl, nämlich das körperliche und geistige Wohl- und Wehegefühl, sowie das indifferente Gefühl. 7. Durch das Gefühl bedingt ist das Begehren. 8. Durch Begehren bedingt ist das Anhaften. 9. Durch Anhaften bedingt ist der Werdeprozess, nämlich der, die Wiedergeburt erzeugende, karmisch aktive Werdeprozess und der karmisch gewirkte passive Werdeprozess des Wiedergeborenwerdens. 10. Durch den karmisch aktiven Werdeprozess bedingt ist die Geburt. Das ist der karmisch gewirkte passive Werdeprozess der Wiedergeburt. 11. Durch die Geburt bedingt sind Altern und Sterben, Sorge, Klage, Schmerz, Trübsal und Verzweiflung. 11. Die erste Aussage in der Formel von der bedingten Entstehung lautet also, durch Unwissenheit bedingt sind die Karma-Formationen oder Willensäußerungen. 12. Avicca, wörtlich Nichtwissen oder auch Moha genannt, bedeutet hier die Unwissenheit oder Verblendung, die Vergängliches als etwas Unvergängliches, Elendes als Glück, Wesenloses als etwas Wesenhaftes ansieht. Avicca ist die Unwissenheit und das Unverständnis und sagt aus, dass das ganze sogenannte individuelle Dasein in Wirklichkeit bloß ein beständig wechselnder Prozess geistiger und körperlicher Phänomene ist. Diese Phänomene aber bilden genau genommen gar keine wirkliche und als solche sich gleichbleibende Einheit, Persönlichkeit oder Ichheit. Weder innerhalb noch außerhalb dieser flüchtigen, beständig wechselnden Elemente ist ein davon unabhängig bestehendes, reales Ich überhaupt anzutreffen. Avicca ist die aller moralischen Befleckung und Verderbtheit zugrunde liegende Hauptwurzelbedingung, in der alle Arten von üblen Willensregungen wie Gier, Hass, Verblendung, Dünkelneid, Geiz und so weiter Wurzeln. Die Überwindung und Erlöschung von Avicca und damit gleichzeitig von dem dadurch bedingten Übel, Elend und Leiden in der Welt ist daher das letzte und höchste Endziel der Lehre des Buddha, das Ideal, dem jeder wahre Anhänger des Buddha immer näher und näher zu kommen versucht. Aus eben diesen Gründen wird in der Formel von der bedingten Entstehung Avicca als erstes genannt. Als Sankara oder Karma-Formationen gelten hier die in Werken, Worten und Gedanken bestehenden, die Wiedergeburt erzeugenden, karmisch heilsamen, Kusala, oder unheilsamen, Akusala, Willensäußerungen, Chetana oder Willenstätigkeiten, kurz gesagt Karma. Die Karma-Formationen gelten als unheilsam, wenn sie in Gier, Hass und Verblendung wurzeln und daher den Keim zu unerwünschten und leidvollen Wirkungen in diesem oder einem künftigen Leben in sich tragen. Als heilsam gelten sie, wenn sie in Gierlosigkeit, Hasslosigkeit oder Nichtverblendung wurzeln und den Keim zu erwünschten und glückbringenden Wirkungen in diesem oder einem späteren Leben in sich tragen. Nur einen einzigen gibt es, der weder unheilsame noch heilsame Karma-Formationen, also überhaupt kein Karma mehr erzeugt, nämlich den von allem Ich-Wahn und eigennützigen Wünschen restlos befreiten, den Arahat. Diesen kann aufgrund seines nicht mehr Wiedergeborenwerdens keine künftige Wirkung mehr treffen. Infolge seines durchdringenden Klarblicks in die wahre Natur dieses Prozesses von leeren und flüchtigen Daseinserscheinungen ist in ihm jeder Daseinstrieb versiegt. Er ist von allem Dasein losgelöst und für immer von aller Wiedergeburt befreit. Was die unheilsamen Karma-Formationen anbetrifft, so bildet Verblendung Avicca dafür unter allen Umständen eine unerlässliche Bedingung im Sinne des Zusammenentstehens. Mit jedem unheilsamen Zustand nämlich ist Verblendung Avicca untrennbar verbunden. Ohne die gleichzeitige Anwesenheit von Verblendung gibt es keine unheilsamen Karma-Formationen. Wenn zum Beispiel ein Mensch aus Verblendung von Gier oder Hass erfüllt, in Werken, Worten oder Gedanken karmisch Übles wirkt, tötet, stiehlt, lügt, hasst und so weiter, so sind in einem solchen Moment alle diese üblen Willensäußerungen oder Karma-Formationen durch das Zusammenentstehen und die Anwesenheit von Verblendung bedingt. Gibt es nämlich keine Verblendung, so gibt es auch keine unheilsamen Karma-Formationen. Daher heißt es, dass Verblendung Avicca für die damit verbundenen und gleichzeitig entstehenden Karma-Formationen eine Bedingung im Sinne von Zusammenentstehen ist. Da es nun aber keine unheilsamen Karma-Formationen gibt ohne Verblendung und keine Verblendung ohne unheilsame Karma-Formationen, so gelten unter allen Umständen die Verblendung und die unheilsamen Karma-Formationen beide als Bedingungen im Sinne der Gegenseitigkeit. So also ist die Verblendung stets mit den unheilsamen Karma-Formationen verbunden. Da nun Verblendung Avicca oder Moha, was dasselbe ist, als eine der drei Wurzeln des Unheilsamen gilt, so sagt man auch, dass Verblendung für die unheilsamen Karma-Formationen eine Bedingung im Sinne einer Wurzel ist. Wenn zum Beispiel ein von Gier oder Hass erfüllter Mensch von seiner Verblendung so weit getrieben wird, dass er schließlich einen Diebstahl oder Mord ausführt, so bildet in diesem Fall die vorangegangene Verblendung direkten Anlass oder Antrieb zu den darauf folgenden verbrecherischen Karma-Formationen. So ist nun die Unwissenheit oder Verblendung für die unheilsamen Karma-Formationen nicht nur eine Bedingung im Sinne des gleichzeitigen Zusammenentstehens, sondern auch noch außerdem ein zeitlich vorangegangener direkter Anlass. Abgesehen von diesem direkten Anlass mag Avicca für die unheilsamen wie auch für die heilsamen Karma-Formationen auch eine Bedingung sein im Sinne eines indirekten Anlasses, nämlich im Zusammenhang mit einem Objekt unseres Denkens. Angenommen, es erinnert sich jemand an einen vor Jahren erlebten sinnlichen Genusszustand und gibt sich dieser Vorstellung hin. Während er nun dieses Vorstellungsobjekt erwägt, wird er von Neuem von Verlangen und Begierde danach erfüllt. Oder Missmut und Verzweiflung befallen ihn, weil ihm ein solcher Zustand nun nicht mehr vergönnt ist. Auf diese Weise mögen durch verkehrtes Nachdenken über einen solchen Genusszustand als Objekt vielerlei mit Gier, Hass oder Missmut verbundene, unheilsame geistige Karma-Formationen aufsteigen. In diesem Falle bildet Avicca als Bedingung für die unheilsamen Karma-Formationen den Anlass im Sinne eines Denk-Objektes. Für ein wirklich gründliches Verständnis aller Einzelheiten der Patitscha-Samupada ist es erforderlich, Näheres über die Art und Weise zu wissen, wie in der elffachen Formel jedes Mal das vorangehende Glied eine Bedingung für das Nächstfolgende bildet. Das Abhidhamma unterscheidet 24 solcher Arten von Bedingungen und zeigt, in welcher Weise physische oder geistige Dinge Bedingungen für wieder andere physische oder geistige Dinge bilden. Das in der thailändischen Ausgabe sechs Riesenbände füllende siebte Amhidhamma-Werk, das Patana, behandelt nichts anderes als eben diese 24 Bedingungsarten oder Pachaya. Sie werden dort erst aufgezählt und erklärt und dann auf alle die unzähligen körperlichen und geistigen Daseinsphänomene angewendet. Hier wollen wir nur die bereits erwähnten und auf Verblendung angewandten allerwichtigsten Bedingungsarten näher erklären. Diese sind Bedingung im Sinne des Zusammenentstehens Bedingung im Sinne von Anlass und zwar von direktem Anlass oder von Anlass als Denkobjekt Ferner Wurzelbedingung Hier möchte ich noch erwähnen, dass die Übersetzung aller derartigen technischen Palitermini nur Notbehelfe darstellen und als solche zu werten sind. Betrachten wir nun nochmals die als erste erwähnte Bedingung im Sinne des Zusammenentstehens. Diese Bedingung kommt vor allem bei der Entstehung des Bewusstseins und der damit untrennbar verbundenen Geistesfaktoren wie Gefühl, Wahrnehmung, Wille, Bewusstseinseindruck in Betracht. Dies sind die vier geistigen Daseinsgruppen Gefühl, Wahrnehmung, Geistesformationen und Bewusstsein. Jeder einzelne von diesen untrennbar miteinander verbundenen Faktoren bildet für die übrigen damit verbundenen geistigen Erscheinungen eine Bedingung im Sinne des Zusammenentstehens. Das heißt, das Entstehen irgendeines dieser geistigen Phänomene ist bedingt durch ein gleichzeitiges Entstehen der damit verbundenen anderen Phänomene. Eines kann nicht ohne das andere entstehen und vorhanden sein, da alle untrennbar miteinander verbunden sind. Man kann zum Beispiel ein Schmerzgefühl nur empfinden, wenn man sich dessen bewusst ist. Gefühl ist ein geistiges Phänomen und als solches untrennbar verbunden mit Bewusstsein, Wahrnehmung, Wille und anderen geistigen Faktoren. Zur Zeit, wo wir zum Beispiel in einer Narkose überhaupt keine Schmerzen wahrnehmen, uns keiner Schmerzen bewusst sind, können wir auch keine Schmerzen fühlen. Gefühl, Wahrnehmung, Bewusstsein und einige weitere Geistesformationen wie Willen sind stets untrennbar miteinander verbunden und bilden eine Bedingung füreinander im Sinne des Zusammenentstehens und der Gegenseitigkeit. Was die an zweiter Stelle erwähnte Bedingungsart anbetrifft, nämlich Bedingung im Sinne von Anlass, so lassen sich da drei Klassen unterscheiden. Direkter Anlass, Anlass im Sinne von Vorstellungsobjekten und Anlass im Sinne von unmittelbarer Aufeinanderfolge. Von diesen möchte ich die beiden Ersteren an Beispielen erklären. Anlass ist wohl die häufigst vorkommende Bedingung und betrifft ein sehr weites Gebiet. Irgendetwas, ob vergangen oder zukünftig, körperlich oder geistig, wirklich oder eingebildet, mag als Objekt unserer Vorstellung ein zeitlich vorangehender Anlass werden, der zur Entstehung von geistigen Reaktionen, Handlungen oder Geschehnissen führt. So mag zum Beispiel das Nirvan im Sinne eines Vorstellungsobjektes den Anlass dazu bilden, dass man der Welt entsagt oder sich bemüht, einen edlen Lebenswandel zu führen. Ferner, alle die früheren Denker, Wissenschaftler und Künstler waren durch ihr Wirken ein direkter Anlass für die entwickelte Kultur späterer Generationen. Genauso war der Buddha und seine Lehre ein Anlass für mich, das sich nach dem Osten zog und dem buddhistischen Orden beitrat. Ebenso war der erste von mir in Deutschland gehörte Vortrag über den Buddhismus ein Anlass dafür. Geld mag als Vorstellungsobjekt ein Anlass werden zu den zur Erreichung desselben nötigen Anstrengungen. Bei einem anderen mag es allerdings ein Anlass werden zur Habgier und dadurch wiederum zu Diebstahl und Räuberei. Vertrauen, Wissen und Sammlung mögen einen direkten Anlass bilden für mancherlei edle und selbstlose Handlungen. Gute oder schlechte Freunde mögen ein direkter Anlass für gute oder schlechte Sitten sein. Günstiges oder ungünstiges Klima, Nahrung oder Wohnung können einen direkten Anlass für körperliches Wohlsein oder Krankheit, geistiges Wohlbefinden oder Unzufriedenheit bilden. Somit also bilden zur Entstehung der verschiedenartigsten Zustände oder Ereignisse andere Zustände oder Ereignisse einen Anlass. Vergangene Gute wie Böse Handlungen mögen dadurch, dass wir über sie nachdenken, im Sinne von Vorstellungsobjekten, ein Anlass werden zur Wiederholung solcher Taten. Oder sie mögen Freude oder Abscheu oder Reue veranlassen. Somit mag irgendetwas Gutes oder irgendetwas Böses durch unweises Nachdenken ein Anlass werden zum Bösen, durch weises Nachdenken aber ein Anlass zum Guten. Also selbst Avicca, Unwissenheit, mag dadurch, dass wir weise darüber nachdenken, ein Anlass sein zur Entstehung von edlen und heilsamen Karma-Formationen. Zu Lebzeiten des Buddha kam es häufig vor, dass irgendein andersgläubiger Asket durch Torhalt und Verblendung getrieben, sich zum Erleuchteten begab, um ihn durch dialektische Redekünste zu fangen und zu überführen. Dabei aber geschah es bisweilen, dass der Betreffende zu einem eifrigen, vertrauensvollen Jünger des Buddha wurde und sogar selbst die Heiligkeit erreichte. In diesem Falle also waren alle die in Eifer und Erreichung höherer Zustände erkenntlichen heilsamen Karma-Formationen durch die vorausgehende Verblendung als direkter Anlass bedingt. Wäre nämlich jenem andersgläubigen Asketen nicht die verblendete Idee gekommen, den Meister im Wortgefecht besiegen zu wollen, so wäre er vielleicht nie ein eifriger, vertrauensvoller Jünger geworden. Somit war in diesem Falle die Verblendung die Bedingung der direkte Anlass zur Entstehung dieser edlen Karma-Formationen. Nehmen wir ferner an, wir wählten die Verblendung zum Objekt unserer Betrachtung und sobald wir diese als die Wurzelursach alles Leidens erkannt hätten, erwache in uns das Verlangen, diese Wurzel alles Leidens auszurotten. So bildet dann die Verblendung als Denkobjekt den Anlass zu diesem edlen Streben, diesen heilsamen Karma-Formationen. Was fernerhin die erwähnte Wurzelbedingung anbetrifft, so vergleicht das Patana diese mit der Wurzel eines Baumes. Der Baum nämlich ruht auf seiner Wurzel und bleibt nur am Leben, solange die Wurzel nicht zerstört ist. In derselben Weise sind alle heilsamen und unheilsamen Karma-Formationen durch die gleichzeitige Anwesenheit und Zusammenentstehung der entsprechenden heilsamen oder unheilsamen Wurzeln bedingt. Die drei unheilsamen Wurzeln sind Gier, Hass, Verblendung, ist gleich Avicca. Die drei heilsamen Wurzeln aber Gierlosigkeit, Hasslosigkeit, Nichtverblendung. Avicca oder Unwissenheit ist somit auch für alle unheilsamen Karma-Formationen eine Bedingung im Sinne einer Wurzel. Bevor wir nun den zweiten Satz der Patitscha-Samupada erörtern, möchte ich noch hervorheben, dass Unwissenheit, wenn auch in der Formel als die einzige Bedingung der Karma-Formationen angegeben, dennoch keineswegs die einzige Bedingung dafür bildet. Das entsprechende gilt auch für alle folgenden Glieder der Patitscha-Samupada-Formel. Jedes von den elf Gliedern der Formel, selbst dieses erste Glied, Avicca, ist abhängig von vielerlei Bedingungen. Außer der in der Formel angegebenen Bedingungen stehen alle wiederum untereinander in einem Abhängigkeitsverhältnis. Nidana Samyutta Nr. 34 erwähnt mit Hinsicht auf jeden der elf Aussagen der Patitscha-Samupada-Formel je sieben Wissen, insgesamt also 77 Wissen. Erstens, durch die Unwissenheit sind die Karma-Formationen bedingt. Zweitens, ohne Unwissenheit gibt es keine Karma-Formationen. Drittens, auch in der Vergangenheit waren die Karma-Formationen durch Unwissenheit bedingt. Viertens, ohne Verblendung in der Vergangenheit hätte es auch keine Karma-Formationen gegeben. Fünftens, auch in der Zukunft werden die Karma-Formationen durch Unwissenheit bedingt sein. Sechstens, wenn es in der Zukunft keine Unwissenheit geben wird, wird es auch keine Karma-Formationen geben. Siebtens, selbst die Erkenntnis von der Beständigkeit dieses Gesetzes ist dem Vergehen Hinschwinden, Hinsiechen und Erlöschen unterworfen. In der entsprechenden Weise hat man jedes Mal die sieben Wissen hinsichtlich jeder der übrigen zehn Aussagen zu verstehen. Bis jetzt habe ich meistens nur von Bedingungen gesprochen und nur selten das Wort Ursache gebraucht. Dieses Wort Ursache wird nämlich sehr häufig in einem zu allgemeinen Sinne verwendet. Genau genommen bezeichnet Ursache dasjenige, das, falls alle erforderlichen Bedingungen anwesend sind, mit innerer Notwendigkeit von etwas anderem als seiner Wirkung gefolgt wird. So ist also in der Ursache gleichsam das künftige Ereignis latent vorhanden, genau wie im Mangokern der künftige Mangobaum. Wie nun aus einem Mangokern immer nur ein Mangobaum entstehen kann, aber nie ein anderer Baum, genauso mag auch eine Ursache immer nur von etwas Gleichartigem als Wirkung gefolgt werden. Wenn da zum Beispiel einer ärgerlich wird, weil ihn ein anderer beschimpft hat, so sagt man wohl im Allgemeinen, dass der andere die Ursache zu seinem Ärger sei. Dies ist indessen eine ganz ungenaue Feststellung, denn die Ursache zu seinem Ärger liegt ja in ihm selber, in seinem eigenen Charakter, nicht aber in der ihn beschimpfenden Person. Die Beschimpfung durch den anderen war bloß ein Anlass zur Äußerung seines in ihm bereits latent vorhandenen Ärgers. Das Wort Ursache also bezeichnet bloß eine einzige der vielen Bedingungen und entspricht in der buddhistischen Philosophie dem Karma, was wiederum aus den Wiedergeburt erzeugenden karmischen Willenstätigkeiten besteht, die die Ursache der Wiedergeburt und des künftigen Geschickes sind. Zweitens Der zweite Satz der Paticca Samupada behauptet, durch die Karmaformationen bedingt ist das Bewusstsein. Das heißt, durch die karmischen Willenstätigkeiten in der vorhergehenden Geburt als Ursache ist das bewusste Leben in der Gegenwart bedingt. So ist der in den fünf Ursachen sich manifestierende lebensbejahende karmische Wille der Keim, aus dem alles Leben entsprungen ist und aus dem es auch wieder in der Zukunft entspringen wird. Der zweite Satz besagt demnach, dass unser gegenwärtiges Leben das Ergebnis unserer in vergangenem Leben gewirkten Karma-Formationen ist. Ohne diese vorgeburtlichen Karma-Formationen als notwendige Ursache hätte niemals bewusstes Leben im Mutterleib entstehen können, was nur bei dem vollkommen erlösten Heiligen der Fall sein kann. Über ihn heißt es in der Mahanidana-Sutta Sind aber Unwissenheit und Anhaften erloschen, so kommt es zu keiner Erzeugung von heilsamen und unheilsamen Karma-Formationen mehr und kein Bewusstsein wird mehr in einem neuen Mutterleib entstehen. Auf diese Weise sind die Karma-Formationen eine Bedingung im Sinne von Karma oder Ursache für das Wiedergeburtsbewusstsein, für das im Mutterleib neu entstehende embryonale Lebewesen, sowie für die während seines Lebens auftretenden karmisch-neutralen Bewusstseinszustände. Demgemäß sind die fünf Arten des Sinnesbewusstseins, wie See, Höhe, Riech, Schmeck und Körperbewusstsein, sofern sie als angenehm erlebt werden, die Wirkung von früheren heilsamen Karma-Formationen. Sofern sie unangenehm oder schmerzhaft sind, sind sie die Wirkung von früheren unheilsamen Karma-Formationen. Jedem Wesen wird aufgrund seines früheren karmischen Wirkens eine Art des fünffachen Sinnesbewusstseins und der Sinnesobjekte zusammen mit der Beschaffenheit des Körpers und seiner Organe zuteil, was sein glückliches beziehungsweise unglückliches Geschick ausmacht. So ist es zu verstehen, wenn es heißt, durch die Karma-Formationen bedingt ist das Bewusstsein. Drittens Durch Bewusstsein bedingt ist das Geistige und Körperliche. Der Sinn dieses Ausspruchs ergibt sich aus der Mahanidana-Sutta der Diganikaya. Würde das Bewusstsein nicht in den Mutterleib eintreten, käme es in diesem Fall zur Bildung des Geistigen und Körperlichen? Unter dem Geistigen Nama sind in der Patitscha Samupada Formel die sieben mit allem Bewusstsein untrennbar verbundenen Geistesfaktoren wie Gefühl, Wahrnehmung, Bewusstseinseindruck, Wille, Vitalität, Aufmerken und Sammlung zu verstehen. Mit dem Körperlichen Rupa sind die den Körper bildenden vier Elemente die diversen Organe, Fähigkeiten und Funktionen gemeint. In welcher Weise nun ist das Bewusstsein eine Bedingung für eins die Karma gewirkten geistigen Nama Dinge und zwei in welcher Weise für die körperlichen Rupa Dinge. Eins Jedweder Bewusstseinszustand ist für die mit ihm verbundenen geistigen Nama Phänomene wie Gefühl und so weiter eine Bedingung im Sinne des Zusammen Entstehens. Bewusstsein kann ohne Gefühl nicht entstehen und existieren und Gefühl nicht ohne Bewusstsein. Alle die zu demselben Bewusstseinszustand gehörenden weiteren Geistesfaktoren sind zu einer untrennbaren Einheit verbunden und haben keine unabhängige Existenz. Diese geistigen Phänomene sind gewissermaßen bloß verschiedene Blickwinkel ein und desselben Zustandes, die alle Augenblicke aufblitzen, um dann wieder unmittelbar darauf für immer zu verschwinden. Zwei Wie nun aber ist das Bewusstsein eine Bedingung für die vielerlei körperlichen Rupa-Phenomene, wie zum Beispiel für die fünf physischen Sinnesorgane? Sobald das Sehorgan bei der Geburt zum ersten Mal zu funktionieren beginnt, ist nur dieses eine Mal die Entstehung des Sehbewusstseins eine notwendige Bedingung für das sensitive Sehorgan im Sinne des Zusammen Entstehens. Entsprechend ist es mit den übrigen Sinnesorganen. Solange nämlich das Sinnesbewusstsein noch nicht eintritt, so lange existiert noch nicht das sensitive Sinnesorgan. Zu Lebzeiten bildet das Bewusstsein für die bereits entstandenen Sinnesorgane und übrigen körperlichen Rupa-Phenomene eine Bedingung im Sinne von Nachher Entstehung und Nährstoff als Stütze zur Erhaltung dieses Körpers. So wie das Hungergefühl eine Bedingung für die Ernährung und Erhaltung dieses Körpers ist, genauso ist auch das Bewusstsein für den bereits entstandenen Körper mit seinen verschiedenen Organen eine Bedingung und Stütze durch sein Nachher Entstehen. Sollte das Bewusstsein nicht mehr entstehen, so würden die physischen Organe ihre Tätigkeit einstellen und der Körper würde absterben. Auf diese Weise haben wir den Satz zu verstehen, durch Bewusstsein bedingt ist das Geistige und Körperliche. Viertens Durch das Geistige und Körperliche bedingt sind die sechs Grundlagen. Als die fünf Grundlagen gelten die fünf physischen Sinnesorgane wie Auge, Ohr, Nase, Zunge, Körper und die sechste Grundlage ist gleich bedeutend mit Bewusstsein. Die obige Behauptung umfasst vier Aussagen. Erstens das Geistige Nama ist eine Bedingung für die fünf Grundlagen. Zweitens das Geistige Nama ist eine Bedingung für die sechste Grundlage. Drittens das Körperliche Rupa ist eine Bedingung für die fünf Grundlagen und Viertens das Körperliche Rupa ist eine Bedingung für die sechste Grundlage. Erstens das Geistige Nama ist eine Bedingung für die fünf physischen Grundlagen. Die untrennbar miteinander verbundenen geistigen Phänomene, Gefühl, Wahrnehmung, Wille und so weiter, sind eine Bedingung für die fünf physischen Grundlagen oder Sinnesorgane im Sinne von nachher entstehen. Die zu Lebzeiten bestehende geistige Tätigkeit ist eine unumgängliche Bedingung für die Erhaltung der bei der Geburt entstandenen fünf physischen Sinnesorgane. Zweitens, das geistige Nama ist eine Bedingung für die sechste Grundlage, das Bewusstsein. Die geistigen Phänomene sind immer eine Bedingung im Sinne des Zusammenentstehens für das damit verbundene Bewusstsein. Bewusstsein kann nicht ohne die damit verbundenen, sich gegenseitig bedingenden, geistigen Phänomene wie Gefühl, Wahrnehmung, Wille und so weiter entstehen oder präsent sein. Drittens, das körperliche Rupa ist eine Bedingung für die fünf physischen Grundlagen oder Sinnesorgane. Die vier körperlichen Grundelemente, das Feste, das Flüssige, die Hitze und die Bewegung sind eine Bedingung im Sinne des Zusammenentstehens, im Moment der Wiedergeburt, für die Sinnesorgane. Zu Lebzeiten sind sie eine Bedingung im Sinne einer Grundlage. Ferner ist die zur Körperlichkeit gehörende physische Vitalität eine Bedingung für die fünf physischen Grundlagen, Sinnesorgane, im Sinne von Anwesenheit. Mit anderen Worten, die fünf physischen Sinnesorgane hängen von der Anwesenheit des physischen Lebens ab, ohne dass sie nicht bestehen können. Außerdem ist der zur Körperlichkeit gehörende Nährstoff eine Bedingung für die fünf physischen Grundlagen, Sinnesorgane, im Sinne von Anwesenheit, denn die fünf Sinnesorgane können nur so lange bestehen, als sie den nötigen Nährstoff erhalten. Viertens, das körperliche Rupa ist eine Bedingung für die sechste Grundlage, die Geistgrundlage, das Bewusstsein. Die fünf zur Körperlichkeit gehörenden Sinnesorgane sind für die fünf Arten des Sinnesbewusstseins, Sehbewusstsein, Hörbewusstsein und so weiter, eine Bedingung im Sinne einer Grundlage, des Vorherentstehens und der Anwesenheit. Ohne die vorher entstandenen fünf körperlichen Sinnesorgane als Grundlage können die fünf Arten des Sinnesbewusstseins nicht entstehen. Daher gibt es ohne das Vorherentstehen und die Anwesenheit, des Auges, des Ohres und so weiter, kein Sehbewusstsein, Hörbewusstsein und so weiter. In derselben Weise ist das körperliche Organ des Geistes eine Bedingung für die vielerlei Arten des Bewusstseins. Fünftens Durch die sechs Grundlagen bedingt ist der Bewusstseinseindruck, denn durch das Auge bedingt ist der Seheindruck, durch das Ohr der Höreindruck, durch die Nase der Riecheindruck, durch die Zunge der Geschmackseindruck, durch den Körper der körperliche Eindruck, durch den Geist der geistige Eindruck. Die fünf Sinnesorgane sind nicht nur für die fünf Arten des Sinnesbewusstseins eine Bedingung im Sinne von Grundlage und Vorherentstehens, sondern auch für den damit untrennbar verbundenen Bewusstseinseindruck und die übrigen Geistesfaktoren. Die sechste Grundlage, die Geistgrundlage oder das Bewusstsein, ist aber zu jeder Zeit für den damit verbundenen Bewusstseinseindruck eine Bedingung im Sinne des Zusammenentstehens. Das heißt, dass das Sehbewusstsein stets zusammen mit dem Seheindruck, das Hörbewusstsein mit dem Höreindruck und so weiter entsteht. Auch die fünf physischen Sinnesobjekte, Seheobjekt, Ton und so weiter, sind für die Entstehung des entsprechenden Bewusstseinseindruckes, Seheindruck, Höreindruck und so weiter, eine notwendige Bedingung im Sinne von Grundlage. Der Seheindruck könnte also zum Beispiel nie entstehen ohne das Vorherentstehen des physischen Seheobjektes, der Höreindruck nicht ohne das Vorherentstehen des Tones und so weiter. Somit hängt die Entstehung der fünf Sinneseindrücke nicht nur von den fünf Sinnesorganen, sondern auch von den fünf physischen Sinnesobjekten ab. Ohne die fünf Sinnesorgane und die entsprechenden Sinnesobjekte gibt es keinen Sinneseindruck und ohne den Geist und das geistige Objekt keinen geistigen Bewusstseinseindruck. In dieser Weise also bilden die sechs Grundlagen die Bedingung zur Entstehung der entsprechenden Bewusstseinseindrücke. Sechstens, durch den Bewusstseinseindruck bedingt, ist das Gefühl. Sechserlei Gefühle gibt es. Durch den Seheindruck entstandenes Gefühl, durch Höreindruck entstandenes Gefühl und so weiter, durch geistigen Eindruck entstandenes Gefühl. Durch Körpereindruck entstandenes Gefühl, körperliches Gefühl, mag je nach Wirkung des heilsamen oder unheilsamen Karmas angenehm oder unangenehm sein. Das Karma gewirkte geistige Gefühl mag freudvoll, leidvoll oder indifferent sein. Das mit dem Sehe-, Höhe-, Riech- und Geschmackseindruck verbundene Gefühl ist als solches stets indifferent, mag aber je nach früherem Karma erwünschte oder unerwünschte Objekte haben. Jedes Gefühl ist entweder durch einen sinnlichen oder geistigen Bewusstseinseindruck in irgendeiner Weise bedingt. So ist zum Beispiel der Bewusstseinseindruck eine Bedingung im Sinne des Zusammenentstehens für das damit verbundene Gefühl. Alle Geistesfaktoren, wozu auch der Bewusstseinseindruck gehört, sind gegenseitig bedingt, durch ihr Zusammenentstehen, ihr Verbundensein und ihre Anwesenheit. In dem Bewusstseinsprozess ist jeglicher Eindruck für das unmittelbar folgende Gefühl eine Bedingung, und zwar ein Anlass im Sinne von Kontinuität oder Abgrenzung. Würde dieser Bewusstseinseindruck nicht unmittelbar vorangehen, so könnte das besagte Gefühl nie zum Entstehen kommen. Somit sehen wir, dass jedes Gefühl notwendigerweise durch einen sinnlichen oder geistigen Bewusstseinseindruck bedingt ist. 7. Durch Gefühl bedingt ist das Begehren. Entsprechend den sechs Sinnesobjekten gibt es sechs Arten des Begehrens, Tanha, nämlich Begehren hinsichtlich der Seeobjekte, der Töne, Düfte, Geschmackseindrücke, Körpereindrücke oder Geistobjekte. Wenn dieses Begehren mit dem Wunsch nach sinnlichem Genuss verbunden ist, so nennt man es sinnliches Begehren. Wenn verbunden mit dem Glauben an ewige persönliche Existenz, dann Daseinsbegehren. Und wenn verbunden mit dem Glauben an Vernichtung beim Tode, nennt man es Selbstvernichtungsbegehren. Jedes Karma-gewirkte, also karmisch-passive Gefühl, ob angenehm, unangenehm oder indifferent, mag eine Bedingung für das Begehren und zwar ein Anlass im Sinne von Objekt sein. Zum Beispiel ist ein angenehmes Körpergefühl, das bei begehrenswerten Objekten, wie dem lieblichen Aussehen von Personen oder Dingen, bei Tönen, Düften, schmackhaften Speisen und Getränken und so weiter, im Geistbewusstsein aufsteigt, eine Bedingung für das Begehren. Es ist ein Anlass im Sinne von Objekt, das heißt, durch Nachdenken darüber mag Begehren entstehen. Nicht aber bloß angenehme, glückliche oder indifferente Gefühle, sondern auch körperliches Schmerzgefühl mag einen solchen Anlass bilden. Zum Beispiel mag einen von körperlichen Schmerzen überwältigten Menschen das Verlangen und Begehren nach Befreiung davon erfassen. Das mit dem Begehren verbundene karmisch-aktive, unheilsame Gefühl ist für dieses Begehren eine Bedingung im Sinne des Zusammenentstehens und mag auch für späteres Begehren eine Bedingung im Sinne von Anlass sein. Somit ist alles Begehren in irgendeiner Weise durch ein gefühlsmäßiges Vorstellungsobjekt veranlasst, ganz einerlei, ob dieses Gefühl vergangen, zukünftig oder gar eingebildet ist. Nie könnte Begehren ohne ein Gefühl entstehen. Daher heißt es also, durch Gefühl bedingt ist das Begehren. Achtens Durch Begehren bedingt ist das Anhaften Anhaften, Upadana, eigentlich an sich herannehmen, ergreifen, wird als intensiver Grad des Begehrens erklärt. In den Sutten-Texten werden vier Arten des Anhaftens gelehrt. Aus meiner Übersetzung der Visuddhimagga ergeben sich diese wie folgt. Erstens, sinnliches Anhaften. Zweitens, Anhaften an Ansichten. Drittens, Anhaften an bloßen Regeln und Riten. Viertens, Anhaften am Ich-Glauben. Die erste Anhaftung gehört zum Gebiet des sinnlichen Begehrens, die drei übrigen fallen ins Gebiet der Ansichten. Erstens, für das sinnliche Anhaften bildet das Begehren nur im Sinne von direktem Anlass eine Bedingung. Denn das Begehren nach sinnlichen Dingen entwickelt sich allmählich zu einem festen Anhaften an die Sinnesobjekte. Das Begehren nach sinnlichen Genüssen wie Geld, Essen, Trinken, Spielen, Ausschweifung usw. kann schließlich zu einer festen Gewohnheit, zu einem krampfhaften Anhaften und Anklammern werden. Zweitens bis viertens, in demselben Augenblick, wo eine dieser drei Anhaftungen auftritt, tritt auch Begehren auf. Denn ohne das gleichzeitige Entstehen des Begehrens kann kein Haften an Ansichten und dergleichen entstehen. Somit bildet in diesem Fall das Begehren für diese drei Arten des Anhaftens eine Bedingung im Sinne des Zusammenentstehens. Außerdem kann auch das Begehren für diese drei Arten des Anhaftens eine Bedingung im Sinne eines direkten Anlasses bilden. Nehmen wir an, ein von Begehren nach himmlischer Wiedergeburt erfüllter Mensch sei der Meinung, dass er sein Ziel durch bloße Befolgung irgendwelcher religiöser Regeln oder Riten oder durch Gebete und dergleichen erreichen könne. In Folge seines Begehrens klammert er sich immer mehr an diese Dinge an, d.h. haftet an ihnen. In diesem Falle bildet das Begehren eine Bedingung für solche Arten des Anhaftens im Sinne eines direkten Anlasses. Somit also heißt es, durch Begehren bedingt ist das Anhaften. Neuntens Durch Anhaften bedingt ist der Werdeprozess. Der Werdeprozess setzt sich aus zwei Prozessen zusammen. Erstens aus dem Karma-Prozess, der karmisch aktiven Seite des Lebens, und zweitens aus dem Karma-gewirkten Geburtsprozess, der karmisch passiven und daher moralisch neutralen Seite des Lebens. Die karmisch aktiven Seite des Werdeprozesses ist durch Verblendung, Karma-Formationen, Begehren, Anhaften und Werdeprozess vertreten. Auch die karmisch passive Seite, der karma-gewirkte Wiedergeburtsprozess, ist durch fünf Glieder vertreten. Bewusstsein, das Geistige und Körperliche, die sechs Grundlagen, Bewusstseinseindruck und Gefühl. Hierbei sind die fünf karmisch aktiven Glieder die Ursache der fünf karmisch passiven oder karma-gewirkten Glieder. Auf diese Weise besteht also die Patitscha-Samupada aus zwanzig Gliedern. Fünf vergangenen Ursachen und fünf gegenwärtigen Wirkungen. Fünf gegenwärtigen Ursachen und fünf zukünftigen Wirkungen. Daher heißt es in der Visudi Magga, Römisch 17, Fünf Ursachen vergangen sind, fünf Wirkungen man jetzt erlebt. Fünf Ursachen man jetzt erzeugt, fünf Wirkungen zukünftig sind. Nun möchte ich hier auf meine Definition von Ursache zurückkommen, nämlich das, was zeitlich durch innere Notwendigkeit von seiner Wirkung gefolgt wird. Von den 24 Arten der Bedingungen entspricht nur eine dem, was wir als Ursache bezeichnen. Karma, die Willenstätigkeit, die Wiedergeburt erzeugt. Obwohl die karmische Ursache von seiner Wirkung gefolgt wird, so kann diese Ursache jedoch nicht von einem früheren Karma-Resultat abhängig, nicht aber verursacht oder erzeugt sein. Zum Beispiel gilt in der Patitscha-Samupada-Formel das Gefühl als Karma-Resultat, ist aber gleichzeitig eine Bedingung oder Anlass für das spätere Aufsteigen des Begehrens. Das wiederum eine karmische Ursache wird. Professor Verworren in Erforschung des Lebens sagt, unsere ganze Aufgabe bei der Erforschung der Empfindungs-, Vorstellungs- und Gedankenmechanik besteht wie überall bei der wissenschaftlichen Forschung in der Ermittlung ihrer gesamten Bedingungen. Das ist und bleibt der Weisheit letzter Schluss. Gewöhnen wir uns doch daran, in der Welt nicht nach den Ursachen der Vorgänge zu suchen, sondern daran, die Bedingungen der Vorgänge zu analysieren. Ferner? Denn die Welt ist ja ein großer Komplex, in dem selbst das kleinste Glied eindeutig bestimmt ist. Die leblosen Dinge und die lebendige Welt, der Mensch mit seinem Denken und Trachten und des Menschen Kultur mit ihren Idealen, wie er es sich selbst in gewaltiger Arbeit erschuf, sind alle nichts als der Ausdruck bestimmter Bedingungen, die sich ändern und die sich entwickeln nach einem Gesetz. Kehren wir nunmehr zu unserer Aussage zurück. Durch Anhaften bedingt ist der Werdeprozess. Dieser Satz soll besagen, dass durch Anhaften sowohl der Werdeprozess als auch der dadurch gezeugte Wiedergeburtsprozess bedingt sind. Werdeprozess ist, genau genommen in diesem neunten Satz der Patitscha Samuppada, ein Sammelname für den wiedergeburtserzeugenden karmischen Willen und den damit verbundenen Geistesfaktoren. Das zweite Glied jedoch, die Karma-Formationen, bezeichnen eigentlich bloß den karmischen Willen. Aber im Grunde kommt beides auf eines heraus, nämlich auf Karma. Das Anhaften Upadana kann ein Anlass sein für alle möglichen Arten von üblem, unheilsamen Karma. Das Anhaften an den Sinnesobjekten und Genüssen kann ein direkter Anlass für Mord, Diebstahl, Ehebruch, Lüge, Trunksucht, Neid, Hass oder Rache sein, kurzum für vielerlei übles Karma in Werken, Worten und Gedanken. Das Anhaften an äußeren Regeln und Riten, an bloßen Glauben und Ansichten mag zu geistiger Starrheit, Überheblichkeit, Verachtung anderer, Unduldsamkeit, Fanatismus, Hass, Grausamkeit und dergleichen führen. In allen diesen Fällen ist das Anhaften eine Bedingung für den Werdeprozess und ein direkter Anlass für üble karmische Absichten in Werken, Worten und Gedanken. Alles Anhaften ist für den damit verbundenen üblen Karma-Prozess gleichzeitig eine Bedingung im Sinne von Zusammen entstehen. Soweit ist nun erklärt, wie das Anhaften eine Bedingung für den Werdeprozess darstellt. Nun werden wir aber in dem zehnten Satz sehen, wie wiederum dieser Werdeprozess die Bedingung für den Wiedergeburtsprozess ist. Zehntens Die zehnte Aussage lautet Durch den Werdeprozess bedingt ist die Wiedergeburt. Das in Willenstätigkeiten sich äußernde Karma Wirken in Werken, Worten und Gedanken ist die Bedingung, die erzeugende Ursache für den Wiedergeburtsprozess. Dieser wird durch das Wort Geburt bzw. Wiedergeburt, Jati, bezeichnet. Der Wiedergeburtsprozess umfasst hierbei nicht nur die eigentliche Geburt oder den embryonalen Prozess. Ferner sind die während des nächsten Lebens auftretenden Karma gewirkten Bewusstseinszustände und Geistesfaktoren gemeint. Auch die gesamte Karma gezeugte Körperlichkeit der fünf Daseinsgruppen gehört dazu. Der lebensbejahende karmische Wille ist somit die Ursache für die nächste Wiedergeburt. Der karmische Wille ist gewissermaßen der Samen, aus dem alles Leben hervorkeimt, gerade wie aus dem Mangokern das kleine Mangobäumchen hervorsprost, das dann im Laufe der Zeit sich zu einem mächtigen Mangobaum entwickelt. Woher aber weiß man, dass der Karma-Prozess, der karmische Wille, wirklich die Ursache der Wiedergeburt bildet? Vesudi Magga, Römisch 17, gibt hierauf die folgende Antwort. Wenn auch bei der Geburt der Wesen die äußeren Bedingungen die gleichen sein mögen, so kann man doch Unterschiede wie niedrig, edel und so weiter bemerken. Wenn auch die äußeren Bedingungen wie Samen, Blut, Nahrung und so weiter die gleichen sein mögen, so merkt man dennoch, selbst im Falle von Zwillingen, bei allen Wesen Unterschiede wie niedrig, edel und so weiter. Solche Eigentümlichkeiten sind nicht ohne Grund, denn sie sind nicht zu allen Zeiten und nicht bei allen Wesen anzutreffen. Ihr einziger Grund ist eben der Karma-Prozess. Weil bei den durch Karma entstandenen Wesen diese verschiedenen Eigentümlichkeiten anzutreffen sind, so haben diese Unterschiede eben im Karma-Prozess ihren Grund. Der Grund für die Unterschiede der Wesen, wie niedrig, edel und so weiter, ist das Karma. Daher sagte auch der Erhabene in M. 135, das Karma, Wirken, scheidet die Wesen in niedrig und erhaben. Daran kann man sehen, dass der karmische Werdeprozess die Bedingung ist für die Wiedergeburt. Somit ist also die gegenwärtige Wiedergeburt die Wirkung der früheren auf Unwissenheit, Begehren und Anhaften beruhenden karmischen Willenstätigkeiten und die nächste Wiedergeburt die Wirkung der gegenwärtigen karmischen Willenstätigkeiten. Aber genau wie in diesem ewig wechselnden geistig-körperlichen Daseinsprozess nichts zu finden ist, was beständig ist, so gibt es auch nichts, was von diesem Augenblick zum nächsten übergeht. Genauso wenig findet sich da ein dauerndes Element, eine reale Ich-Heit, ein Selbst oder eine Seele, die von einer Geburt zu einer anderen übergeht. In dem sich immer wiederholenden und doch immer wieder aus ganz neuen Phänomenen bestehenden Kreislauf der Wiedergeburten gibt es im absoluten Sinne keine Ich-Heit, sondern nur diese bedingt entstandenen und sofort wieder dahinschwindenden flüchtigen Daseinsphänomene. Somit ist es also kein Ich, keine Person, was da wiedergeboren wird. Alle solche Bezeichnungen wie Person, Individuum, Mann, Ich, Mein und so weiter beziehen sich auf keine reale Ich-Heit oder Persönlichkeit, sondern sind bloß der Bequemlichkeit halber gebrauchte konventionelle Bezeichnungen. Weder innerhalb noch außerhalb dieser bedingt entstehenden und dahinschwindenden Erscheinungen ist in Wirklichkeit ein Ich zu finden. Daher sagt der Buddha, zu glauben, dass der Täter derselbe sei wie der im nächsten Leben die Wirkung der Tat erlebende, dies ist das eine Extrem. Zu glauben, dass der Täter ein anderer sei als der die Wirkung der Tat erlebende, dies ist das andere Extrem. Diese beiden Extreme hat der Erhabene vermieden und auf die in der Mitte liegenden Wahrheit von der Ich-Losigkeit und Bedingtheit alles Daseins hingewiesen, nämlich durch Unwissenheit bedingt sind die Karma-Formationen, das Bewusstsein, das Geistige und Körperliche, die sechs Grundlagen, der Bewusstseinseindruck, Gefühl, Begehren, Anhaften, Werdeprozess, Geburt. Und durch Geburt bedingt entstehen Alter und Tod, Sorge, Jammer, Schmerz, Trübsal und Verzweiflung. So kommt es zur Entstehung dieser ganzen Masse des Leidens. Diese ganze Welt der Erscheinungen und auch die Unpersönlichkeit an Atta, alles Daseins, kommt in den folgenden Versen der Visudi Magga Römisch 19 treffend zum Ausdruck. Nicht findet sich der Taten Täter, kein Wesen, das die Wirkung trifft, nur leere Dinge ziehen vorüber, wer das erkennt, hat rechten Blick. Es gibt da weder Gott noch Brachma, der dieses Daseinsrat erschuf, nur leere Dinge ziehen vorüber, und diese alle sind bedingt. Angesichts dieser Lehre, dass alles in der Welt bedingt entstanden ist, schließt vielleicht manch einer daraus, der Buddhismus würde eine Art Fatalismus lehren, dass der Mensch keinen freien Willen besitze oder das Wille nicht frei sei. Die Frage, ob der Mensch einen freien Willen besitzt, wird schon deshalb hinfällig, weil in diesen stets wechselnden körperlichen und geistigen Daseinsphänomenen keine Einheit entdeckt werden kann, die als Mensch zu bezeichnen wäre und daher Mensch im höchsten Sinn ein leeres Wort ist. Die Frage, ob der Wille frei sei, muss darum abgelehnt werden, weil der Wille ein bloß für einen Augenblick aufblitzendes geistiges Phänomen ist und im vorangehenden Augenblick überhaupt noch nicht bestanden hat. Die einzige berechtigte Frage wäre hier, ist die Entstehung des Willens etwas Bedingtes oder etwas Zufälliges? Dieselbe Frage stellt sich aber auch bei allen anderen geistigen Phänomenen, bei allen Dingen und Geschehnissen überhaupt. Die Antwort darauf müsste etwa lauten, sei es Wille oder Gefühl oder irgendein anderes geistiges oder körperliches Phänomen. Was immer entsteht, entsteht in Abhängigkeit von Bedingungen und ohne diese Bedingungen kann es nicht zum Entstehen kommen. Nach dem Buddhismus gibt es keinen blinden Zufall, alles geschieht gesetzmäßig, das heißt in Abhängigkeit von Bedingungen. Wäre dem nicht so, so würde blindes Chaos oder purer Zufall herrschen, was allem Augenschein widerspricht. Elftens Durch Geburt bedingt ist Alter und Tod. Ohne Geburt kann es kein Altern und Sterben geben. Wären wir nicht geboren, so müssten wir nicht sterben und wären nicht mannigfachen Leiden ausgesetzt. Somit also bildet die Geburt den direkten Anlass und die nötige Bedingung für Altern und Tod und alle anderen Formen des Leidens. Daher heißt es Durch Geburt bedingt ist Alter und Tod. Hiermit ist nun die Darstellung der elf Sätze der Paticca Samupada der bedingten Entstehung zum Abschluss gebracht. Aus den Ausführungen kann man ersehen dass die zwölf Glieder der elf Sätze sich auf drei aufeinander folgende Leben verteilen und dass sie auf Vergangenheit Gegenwart und Zukunft angewandt werden können. Dabei repräsentieren eins bis zwei die fünf karmischen Ursachen im vergangenen Leben drei bis sieben die fünf Wirkungen im gegenwärtigen Leben acht bis zehn die fünf karmischen Ursachen im gegenwärtigen Leben und elf bis zwölf die fünf Wirkungen im zukünftigen Leben. Ist aber ein Mensch durch tiefen Einblick in die vergängliche Natur, die Nichtigkeit und Unpersönlichkeit alles Daseins frei von allem Anhaften an jegliche Daseinsformen und allen eigennützigen Willensregungen geworden, so gibt es keine künftige Wiedergeburt. Das von dem Buddha gewesene Ziel Befreiung von Wiedergeburt und Leiden wird dann verwirklicht sein. Eine ausführliche Darstellung der Patitscha Samuppada bietet Visuddhi Magga Römisch 17 Sehen